Jo Leute was geht euer Venetys hier und heute mit einem neuen Video im Hintergrund seht ihr den kleinen Ausschnitt von meiner XP Lobby, die ich gestern in Black Ops 3 für meine Abonnenten gehostet habe. Ihr bekommt aktuell 1000 XP pro Kill wegen dem Double XP Wochenende, wodurch ihr einfach so mega schnell leveln könnt und da einige von euch ja keinen zweiten Controller haben oder den Glitch einfach nicht hinbekommen, möchte ich euch gerne eine XP Lobby hosten, abonniert einfach meinen Kanal, liked das Video und schreibt euren PS4 Gamertag in die Kommentare und dann addet mich einfach auf PSN, meine PSN ID ist in der Videobeschreibung und natürlich werden mich jetzt viele adden, von denen ich die XP Lobby immer für eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Damit einfach jeder mal im Laufe des Tages drankommt, von dem her hat Geduld, ich kann nicht alle auf einmal einladen natürlich und die Leute, die den Glitch hinbekommen, schreibt ebenfalls euren Gamertag in die Kommentare und helft euch einfach gegenseitig, beziehungsweise hostet auch ein XP Lobby, damit ihr einfach alle so schnell wie möglich leveln könnt. Gerne könnt ihr mir ja auch in der PS4 Party, wenn ich denn mit euch spiele, irgendwelche Fragen stellen, die ihr zu mir habt oder zu irgendwelchen Glitches, ich werde die alle für euch beantworten. Ich werde euch dann einfach in meine Party einladen und mit euch die Lobby spielen, danach wieder löschen und dann kommen schon wieder die nächsten dran, einfach damit es fair ist und tut mir ja wirklich den Gefallen und schaut nicht nach, sondern einfach wartet, habt Geduld, bis ich euch in die Lobby einlade. Vielen Dank fürs Zuschauen Leute, die meisten sehe ich ja im Laufe des Tages, beziehungsweise die nächsten Tage in der XP Lobby noch. Haut da rein Leute, euer Vanity. Vielen Dank.